Ich möchte euch um Hilfe bitten. Fort mit dir! Sie kriegen Verstärkung! Achtung, er greift gleich Besitz. Oh! Oh! Versuch es noch einmal! Achtung! Ein Schemen ergreift Besitz! Der Blutgericht ist ja zäh als ne Kakerlake! Warte! Sie bringen noch mehr Freunde weg! Warte! Oh! Was ist das? Oh 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 Zeit für meinen auftritt Oh Du Oh 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 Was ist das? Achtung, ein Schenennagler aus Besitz. Pisst euch! Bis zum nächsten Mal. Jason, machen wir es nicht einfach zu kauen. Du verschwendest deine Zeit mit denen. Augen auf! 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 Ah! Willst du mich endlich mal gewinnen? Willst du mich? Was ist das? 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 Gut. Was ist das? 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 Was? 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 Was ist das? Was? 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 Oh, come on. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Was ist das? 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 Was? Es ist zu geben, dass mir die Zielübungen gefallen. Als ob du die nötig hättest. Das war's für mich. Darf ich auch mitmachen? Darf ich auch mitmachen? Denkst du, Drexau! Versuch, auf die andere Seite zu kommen. Bin schon dabei. Gibt es eine Höhle in New Eden, in der sich keine Okkultisten aufhalten? Sie waren auf der Suche nach dem Teufel. Marcy wollte Gott finden. Und jetzt hat ein Engel sich hier niedergelassen. Red, hier. Ich hab was gefunden. Ein blutverschmiertes Messer in einer düsteren Höhle. Immer wieder eine Freude. Und es will uns etwas mitteilen. Das hab ich richtig verborgen, stimmt's? Unendlich viele Wege treffen sich an einem einzigen Punkt. Oh Herr, bitte hilf. Ich fürchte mich. Ich schaffe das nicht allein. Schneide es ab, schneide es tief. Ich weiß das. Nimm meine Hände, oh Herr. Versieh sie mit deiner Macht. Lass deine Jünger es sehen und nicht mehr zweifeln. Du hast mich. Du hast mich. Du hast mich. Du hast mich. Gib mir die Stärke, meine Pflicht zu erfüllen. Die Herrlichkeit. Dein Blut. Ist das ewige Blut. Ich werde deine gesegneten Worte sprechen. Und sie werden mich hören. Und sie werden glauben. Und sie werden glauben. Sie hat sich selbst Schnitte zugefügt. Wo kam das Geflüster her? Vielleicht stand sie unter dem Einfluss eines bösen Geists, wie es bei den Rumbles war. Da ist eine Blutspur. Wir sollten ihr folgen. Wir sollten ihr folgen. Wir sollen das Ta TCN lerne und Lumiere abgehen. Und ihre Trata krypt? Entspannigdır. Ein Fach Lights hum. Entspannigdır. B Offenacko. B Offenackoal. D queue. Das каким день acha. B Offenackaa. B Offenackoam. D queue. 扭ox. B Offenacko. D te D te. Be 용. Und sa locker das Wort. B Offenackoam. S guns på. Vielen Dank. Armes Ding, wie lange sie hier wohl schon vergessen liegt? Und wie kommt es, dass sie niemand bemerkt hat? Vielleicht war der Weg bereits versperrt. Ich kann ihre Anwesenheit spüren. Du hast die Fessel, beschwöre sie. Ich danke dir für deinen Segen. Guten Tag, Miss Batchela. Mein Kind nennt mich Marcy, denn ich bin der Engel Marcy, gesandt euch zu leiten und zu beschützen. Seid auch ihr ein Engel? Ich sehe euren Mann an eurer Seite. Wurdet ihr gesandt, ihn zu beschützen, sein Licht in der Finsternis zu sein? Er sollte sich glücklich schätzen. Ich bin Anthea Duarte, aber ich bin kein Engel. Das ist Dreadma Grace. Wir sind Verbanner. Ich sehe Traurigkeit in euch, Anthea Duarte. Traurigkeit und Güte und keinen Funken Bösartigkeit. Danke für die freundlichen Worte, aber auch ich habe meine Schwächen. Ihr solltet auf mich hören, wenn ich euch nette Dinge sage, denn sie sind wahr. Gott irrt sich nie. Gott spricht durch mich. In meinen Visionen sehe ich sein Licht. Um was bittet ihr ihn? Um was bittet ihr den Herrn? Fragt, und ich werde antworten. Erzählt mir mehr über diese Visionen. Was könnt ihr in ihnen sehen? Er bat mich, seinem Pfad zu folgen, für jene zu leiden, die ich liebe, wie es sein Sohn vor mir tat. Ich stimmte natürlich zu. Erscheint euch Gott? Nicht direkt. Ich sehe eine stets aufs Neue sterbende Wächterin des Lichts, die dem unsterblichen Dämon vergibt, der sie verschlingen soll. Beide verstrickt, in einem nie enden wollenden Tanz. Meine Visionen sind Warnungen. Neuiden versinkt. Wo sind wir hier? Das ist ein Segen, nicht wahr? Unser Herr hat euch hergeführt, so wie er auch mich herführte. Und woher wissen wir, dass es Gott war? Spürt ihr es nicht? Seine Wärme, seine Güte, sein Licht. Er ist es. Wer, wenn nicht Gott, sollte es sein? Gott hat mich an diesen gelobten Ort gerufen, so dass er ihn durch mich erlösen kann. Das, mein Kind, heißt es, ein Engel zu sein. Ich sehe, ihr tragt das Mal des Herrn auf euch. Eure Wundmale. Woher habt ihr sie? Er gab sie mir. Er kam zu mir, legte meine Hände in seine, badete mich in seinem göttlichen Licht und gab mir seinen Segen. Was ist mit euch geschehen, Marcy? Was mir geschah? Ich öffnete mein Herz und ließ das Licht hinein. Um kaum zu glauben, es war schon immer da. Ihr habt gefastet, habt das Essen, das euer Bruder euch brachte, abgelehnt. Seid ihr deswegen gestorben? Gott gab mir eine Aufgabe. Ich sollte mein Leib opfern, wie sein Sohn es einst tat, so dass mein Volk Vergebung erfahren würde. Ich muss das Licht Gottes in die Herzen der Ungläubigen tragen, auf dass sie dadurch gerettet werden. Ihr habt euren Körper für die Erlösung anderer geopfert? Es tut mir leid, aber ich verstehe nicht, wie das funktionieren soll. Unser Volk ist vom Bösen geplagt. Die Finsternis hält es umklammert. Das ist mir aufgefallen. In meinen Träumen sah ich, wie sie sich winden und in den ewigen Flammen brennen. Ich erkannte die Bedeutung nicht, aber Hugh half mir, zu verstehen. Gott zeigte mir das Und hier, das im Schatten lauert, und ich sah, welche Güte uns im Licht erwartet. Mein Leid erleuchtet den Pfad zur Erlösung. Wir werden mit Hugh darüber reden müssen. Habe ich recht? Wir müssen euch jetzt verlassen. Gott ist mit euch, mein Kind, ob ihr es wisst oder nicht. Wasser, ich spüre etwas. Jemanden. Mein Bruder. Ich bin hier. Hugh.